Damit Servus und Herzlich Willkommen zurück zu Outlast. Wir haben hier letztes Mal die Sprenkleranlage aktiviert und müssen jetzt raus wieder zu Vater Martin. Ja, und ich bin unterwegs, das heißt Orientierungslosigkeit. FTW. Ist auf jeden Fall dabei. So, links. Genau, du musst mir sagen, wo ich lade. Nee, nee, war da die Dicke? War es der Dicke? Machen wir die Kamera aus. Okay, hier geht es schon mal nicht lang. Hier kann ich mich durch Cowage hin. Genau, da solltest du durch. Das war doch... War das nicht hier, wo das gebrannt hat? Ja, ich glaube, ja. Oh, das sieht ja anders schön. Doch, das war doch... Nee, hier hat es nicht gebrannt. Da war das Büro, wo ich die Akte gefunden habe. Kannst du wieder raus, da ist nichts. Oh, ich sehe hier nichts. Und da drin hat es nämlich gebrannt. Da. Hier? Ja. Cafeteria. Da war der Pyro. Kannst du auch was machen, du musst da hinten links. Da? Mhm. Mhm. Was ist das? Da glimmt es noch ein bisschen. Ach, Baller. Oh, lecker. Oh, fuck. Alter, Alter. Oh, scheiße. Ich würde sagen, der hat dich mal kurz niedergeschlagen. Oh, was kommt denn auf die Ecke, ey? Oh, pfuh. Das ist ja sehr schön. Das ist schon mal ein sehr schöner Stand. Oh, mein Heart, ey. Komm, lass dich auch erschrocken. Ja, diesmal ja auf jeden Fall. Aber es war eigentlich so schlecht. Oh, aber egal. Da rechts musst du. Oh Gott. Hinter mir. Mein Herz, bam. Ich muss erst mal runterkommen hier. So, wir müssen jetzt raus zu Vater Martins. Martins. Martinsen. Oh, bam, bam, bam. Exit. Da ist Exit, ja. Da wartet der Vater bestimmt gleich auf dich. Kann man nicht, ob irgendwas ist. Da, ne, Akte. Sehr schön. Schon kein Bock mehr. So, Vater. Suchen. Sucher, Vater. Und cool. Draußen im Regen. Komm, da hinten ist eine Lampe. Das wird der sein. Oh, man sieht echt nisch hier, ey. Vielleicht kommen sie wieder. Der ist tot. Bewegt sich bestimmt gleich und bringen das auch. Hat der dir irgendeine Marke da oder sowas? Ne, war das Armzeichen, was ich gesehen habe. Oh, ne, hier ist nur die Lampe. Beziehungsweise, was leuchtet denn hier? Ja, da liegt aber eine Akte unten, rechts. Hier. Oh, ich sehe den Stier. Na, wo ist er denn? Vielleicht kommt er wieder irgendwo was um die Ecke, ey. Hört. Nicht? Gehen wir links, so viele Wege gibt's ja nicht, ja, da ist offen. Oder kommst du von da gerade? Ja. Ja, gut. Ist da rechts mit dem Licht? Hoppala. Auf jeden Fall eine Tür. Ein Schlüssel notwendig. Ja, es ist ja auch nicht... Ist das draußen? Oder ist das schon wieder drin? Ist jetzt die Frage. Wieso versteckt denn der sich so scheiße? Ich dachte, er wollte mit uns quatschen. So verbauche ich schön alle unsere Batterien. Ist das nicht so bi? Geh mal rechts. Was ist denn da rechts? Ich weiß nicht, da waren wir doch gerade oder nicht? Ne, jetzt ist eine Kette. Da kommen wir nicht rein. Ja, gut. Gehen wir an der Mauer lang erstmal. Oder rechts, äh, links wo unten, Treppe da hoch. Gehen wir da hoch. Ja. Was? How alive are you? Ich weiß nicht. Ist auch eine Kette vor, war? Alter. Help. Hm. Dreh mal links. Herr Wutsch. Hinter dir. Was? Da ist keine Tür. Hey, keine Ahnung. Hier, wir gehen schon. Dann sind sie immer wieder rein. Vielleicht ist es ja... Dann braucht es den Schlüssel. Da ging es nicht um Schlüssel. Ach, Mann. Ich gehe hier mal ein paar. Da fahren wir überall schon. Nein, geh doch mal an der Hauswand lang. Ja. Vielleicht versteckt er sich dann in einer Nische. Ja, ich gehe mal an der Mauer. Was war das? Jetzt gehen wir hier erstmal noch außen lang, da an der Mauer noch irgendwie gucken. Und am besten nicht so durchs Gebüsch. Du siehst doch gar nichts durch die ganzen Äste. Bisschen mit Abstand. Dreh. Da ist nichts. Weiter. Ah, nichts. Hier ist ein Schuppen. Da haben wir doch. Nein. Das stimmt. Ja, natürlich stimmt's. Hier ist aber auch keiner. Das ist toll. Da war ein Schlüssel, oder? An der Wand da oben. Guck mal nach oben. Guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Aber es sieht nicht danach aus, oder? Ah. Ha. Ninja Ninja hat es entdeckt. Das ist aber nichts, oder? Ja, aber den Schlüssel brauchst du ja auch da hinten dieses genau gerade zugezogen. Ja? Ja. Uh. Da hinten rechts, wo das Licht war, glaube ich. Ja. Ja. Die Frage ist, warum schließt er ab, wenn er hier auf uns wartet? Oh. Ja, aber schon am Zucken. Schau mal weiter. Die Batterien. Ja. Ich muss da auch gucken. Das ist mir fucking geil. Ach, das ist doch... Das ist dieses Viech. Das ist das. Ach, nee, das war so. Alter. Jetzt sind wir wieder draußen, oder was? Ah, aber dann kannst du hoch. Soll ich nicht erstmal in die andere Richtung gehen? Nee, geh mal hoch. Junge, Junge, Junge. Ja, du musst auch ein bisschen die Batterien berücksichtigen. Sag nicht, wir haben genug. Du hast eben gerade selber gesehen, wie schnell eine Batterie leer geht. Und ich habe einer gefunden. Ja. Ja. Und spring. Da. Mit Anlauf. Hm, fail. Kann ich wahr. Doch nicht. Gar nicht wahr. Da ist er da. Ist er das? Falls er das ist. Nee, ich glaube, das ist irgendwie anders, oder? Wer bist denn, du? Nee, das ist auch so ein Fahrrad. Aber da ist eine Batterie. Was geht ab, Digga? Und ein Rocky, Mr. Torki. Kann ich aber nicht nehmen. Na gut. Das ist schon wieder aus, wa? Hm. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Was soll wir müssen? Dann drüber, ja. Ah, okay. Da geht eine Leiter runter, aber guck erst mal hier oben. Kann ich mich hier dran? Ja, ja. Die Frage ist, ob er auch gleich ums Eck geht. Yes, he does. Und mit Schwung. Echt jetzt? Ja. Und würde ich jetzt zumindest sagen. Siehste. Sau Bär ist. Und jetzt? Hier runter. Scheine. Ja. Aber dann da die Kisten, genau. Da ist noch ein Toter. Du hast Grund. Da links geht's rein. Ja. Vielleicht doch nicht. Kann ich doch hochklettern. Nein, nicht an der Ecke. Oder auch nicht. Doch, aber von vorne versuchst du mal da, ja. Dann geht's rein. Muss hier raus jetzt. Ja, bleib lieber drin. Ich kann seinen Geist sehen. Den haben wir auch schon gesehen. Wen? Puh, den Geist. Oh Mann, wo ist denn der, ey? Oh, nur Witz. Und da ist nischt. Naja, aber da war gerade noch ne Tür. Oh, hier kann man durch. Guck erst mal die Tür durch, wo du meinst. Stand der da eben schon? Ne, da ist ne Kette. War das die Tür, die ich meinst? Da, ja, ja, stimmt. War klar. Also wieder zurück und da durchhüpfen. So. Vater Martin, Alter. Nelksbatterien nur noch. Das ist mir eben, ey. Wir tun's jetzt einfach. Jetzt bist du bestimmt wieder in den Vorhof, oder? Geh mal weiter. Lass dich doch erst mal umgucken. Sollen wir uns im Kreis? Jetzt gehst du wieder im Kreis. Geh doch mal in eine Richtung. Ich soll mich doch an der Wand lang bewegen. Ja, aber in eine Richtung. Nicht mal links und mal rechts. Ah, cool. Geht nicht? Guck mal runter zum... Machen wir die Kamera weg. Da ist ein Kettenklappern. Oh, fuck! Ich glaub, das muss nicht so sein, oder? Doch, doch, das muss so sein. Ah, nee. Du musst dich halt beeilen, irgendwo hinzugehen. Da geht's bestimmt auch nicht durch. Komm mal da. Hoch. Die anderen Dings. Was machst du denn mit der Kamera? Ja, gut. Hm. Oh, guck mal, hier wurde aber gespeichert. Sehr schön. So, und züge ich jetzt. Nicht da rumpimmeln und nicht fünfmal ein Gegengesetz drehen, sondern laufen. Da warst du eben und da kam dir die Gesser. Ich will ihn schon wieder. Ich noch nicht. Soll ich nicht hier hoch jetzt? Doch, mach doch mal. Da bestimmt an der Seite. Oder da? Nee, da ist ein Rohr davor. Ach so. Ich weiß nicht, dass du dazwischen kommst. Nee, da kommst du nicht zwischen. Mach mal. Aber auf so eine kleine Mini-Dinge. Jetzt seh ich gar nicht, wo ich hingehe. Kannst du ja gleich wieder anmachen, wenn da irgendwas ist. Aber zwischenzeitlich mal gucken. Aber siehst du, da ist noch eine Weile nichts. Ein Blitz vielleicht? Ein Blitz vielleicht? Aber nur vielleicht. Das ist doch scheiße. Ich glaube, da kannst du runter. Ich glaube, da musst du runter. Oh, ey. Speichert. Scheiß, Kacke. Nee. Von da kommst du. Aha. Aus dem Bereich. Was denn? Aha, von da kommst du. Ja, dann ist gut. Und da darf ich auch nicht hin jetzt, oder? Weiß ich nicht. Doch. Nee, vielleicht auch nicht. Verpiss dich. Verpiss dich. Sieht überhaupt nichts. Kann das sein? Und ich laufe eben gegen irgendeine fucking Wand. Man ist auch in den Wischen immer. Und jetzt geht's ihm nicht. Ich orientiere mich. Lauf, 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 lauf. Jetzt durch, da, durch, da, durch, da. Und da bücken, bücken, bücken. Ja. Ja, ja. Oh, in der Frontstation. Du dumme Drecksau. Jetzt drückt er sich da unten durch, pass auf. Ja, mit seinen. Der Sound ist immer noch da. Oh, ich hasse. Aha. Aha.